Mohammed ist in den Augen seiner Gläubigen das Siegel der Offenbarung. Er war auch Felder, er war aber vor allem Gesetzgeber. Und der Koran ist in ganz wesentlichen Teilen ein gesetzgeberisches Buch, wo alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens geregelt sind. Der Islam war von Anfang an eine zutiefst politische Religion. Und dadurch unterscheidet er sich vom Christentum. Denn die frühen Christen hatten kein Staatskonzept. Entgegen vielen Behauptungen war die Bergpredigt kein politisches Programm, sondern ein Halsweg. Die Urchristen lebten in der freudigen Erwartung des jüngsten Gerichts. Und die Korangelehrten, die Olamar, erklären das immer wieder in den Gesprächen, die sie mit Christen führen. Sie verweisen auf Zitate aus dem Neuen Testament. Im Moment, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Wer zum Schwerte greift, wird durch das Schwert umkommen. Und der Islam ist nun ganz anders, ganz politisch veranlagt. Dort besteht der Grundsatz, Din Wadawla. Religion und Staat bilden eins. Und die Politik ist gewissermaßen nur Bestandteil der Religion im gut und recht verstandenen Islam. In Medina hatte Mohammed den ersten perfekten Gottesstaat gegründet. Deswegen macht es auch wenig Sinn, wenn wir heute den Muslimen von einer Übernahme unserer demokratischen und aufklärerischen Prinzipien oder gar des Pluralismus erzählen. Das Urprinzip des Islam ist der Tauchid, das heißt die Einzigkeit Gottes. Und die perfekte Gesellschaft ist jene, wo die Einstimmigkeit des Gottesvolkes die Einzigkeit Gottes widerspiegelt. Der Unterschied zwischen Islam und Juden ist anderer Natur. Ursprünglich war Mohammed vom Judentum fasziniert gewesen, bis zum schweren Zwist, bis zur Entzweihung bei der Schlacht von Badr. Und dann haben sich die beiden Religionen ganz anders entwickelt. Während der Islam universal veranlagt ist, wie wir hier auf der Karte sehen, erreicht vom Atlantik bis zum Pazifik, hat der Zionismus den wahren Charakter des auserwählten Volkes wieder herausgestellt, seinen tribalistischen Charakter auch unterstrichen. Juden und Christen gehören dennoch laut Koran zur Familie des Buches zum Achelet-Gitab, genießen also eine etwas bevorzugte Stellung. Aber es steht auch schon in der Fatihah, in der Eröffnungssuche über die Juden geschrieben, dass Gott ihnen zürnt. Madhub, Herr Allahi.